hallo und herzlich willkommen zu fabcast dem flash and blood podcast wir sind es benni und andre moin leute und heute haben wir für euch in dieser tollen folge einen kleinen draft guide für euch teil 1 zweite teil kommt nächste woche aber warum machen wir überhaupt ein draft guide erst mal was für ein draft guide also draft monarch ja weil jetzt ja eben für from dusk till dawn das ist ja nur ein supplement da wird jetzt quasi ja die nächste draft season eben mit monarch stattfinden also monarch unlimited also auch bei den nets und so genau das zieht sich bis zu den nationals was das für kompetitive spieler sehr interessant macht und insbesondere auch für spieler die es damals als es released wurde eben wegen corona oder so nicht draften konnten so und jetzt war of the monarch zum beispiel ich weiß nicht ob es auch sealed ist fakt ist ich gehe jetzt zu zwei events die also ein doppel event was im draft stattfindet ich meine sogar es ist standardmäßig draft habe da jetzt aber jetzt nachgeguckt könnte auch war of the monarch event ja genau was halt was quasi dieses release event für from dusk till dawn ist und da wird halt monarch gedraftet ja ziemlich cool ja from dusk till dawn greift ja diese light and shadow ganze klamotte ja im prinzipien auf aus monarch historiemäßig wird es ja irgendwie so ein dreiteiler und damit der zweite teil also monarch from dusk till dawn und dann noch ein dritter teil quasi irgendwann was dann wahrscheinlich wieder ein haupt set wird keine ahnung werden wir ja dann sehen ja vor allem ja also ich finde dieses ganze light and shadow diese ganze thematik finde ich halt auch schon allein mega cool ja ich muss auch sagen also das set an sich ich habe tatsächlich letztens erst mal noch mal meinen monarch ordner meine sammlung noch mal komplett neu einsortiert und so weiter ich habe mir jetzt ein neues system da angeeignet wie ich das jetzt also wie ich jetzt gerade nach und nach jede sammlung wieder komplett einsortiert ist auch egal da habe ich mit monarch angefangen und tatsächlich muss ich sagen gefällt mir das set sehr gut auch von den artworks und so ich mag halt dieses dunklere und dieses light and shadow also also gut gegen böse die artworks insbesondere auch von den shadow karten finde ich halt sehr geil ja mag dieses thema und das hat mir so ein bisschen ist halt auch wirklich komplett leicht erkennbar wer gut ist und wer böse ist also ja das ist wirklich diese typische ikonografie was verbinde ich mit gut gegen was verbinde ich mit gut was verbinde ich mit böse und genau diese stereotypen sind dann halt auch gut beziehungsweise böse und der also das und alles was vorher war war so ja trades of aria war insgesamt sehr hell everfest mit dieser party time stimmung ist ja alles schön und gut und so aber finde ich sind auch alle toll die sets auch uprising war mir ehrlich gesagt dann zu viel zu viel feuer das war irgendwie nur so feuer und eis weiß ich nicht ich finde halt light and shadow cooler ist ja eine persönliche oder geschmackssache auf jeden fall whatever auf jeden fall haben wir wieder ein light and shadow set sozusagen richtig wollen wir draften habe ich jetzt gedraftet ein paar mal was jetzt nicht heißt dass es total das tolle draft erlebnis ist kommen wir aber gleich darauf hinaus wir haben gesagt das sind vier heroes wir machen zwei teile daraus genau jeweils light und shadow und heute soll dann die also prism und serbo die leitzeit genau die leitzeit also always look on the light side of life genau in dem fall ist es ja auch nur prism und bolton also beide heroes young ganz klar aber vorweg will ich noch ganz kurz auf die drei neuen spoiler eingehen released wurden jetzt wieder es geht ja jetzt auch wieder als schlag auf schlag hier haben wir zunächst einmal eine rare oder common weiß ich nicht auf jeden fall gibt sie in drei pitch varianten angelic wrath ist ein light illusionist instant gibt es halt in rot gelb blau und macht eben target attack action card with herald in its name guts plus four three oder eben zwei in blau kostet null und eben ja rot gelb oder blau pitch dann würde mich mal interessieren weil du als prism liebhaber davon hältst ist das was mega cooles also würdest du das hättest du das jetzt in deinem prism deck gespielt oder hättest du jetzt gesagt also den herald muss ich jetzt nicht pumpen können ähm in meinem alten prism deck hätte ich durchaus den ein oder anderen davon gespielt also den gelben zum beispiel die sache ist im moment können wir noch nicht sagen wie in irgendeiner art und weise ein richtiges neues prism deck aussehen wird ne natürlich nicht auf keinen fall das sind alles nur spekulation also nochmal disclaimer das sind alles nur spekulationen also das problem ist halt luminaris ist halt nicht mehr und somit haben meine ganzen attacks kein go again und das ist halt oder kaum bis kein go again das neue luminaris sehe ich jetzt nicht als so toll an dass ich halt für zwei ressourcen einem herald go again geben kann ja richtig hat man ja in der letzten folge hat man ja in der letzten folge schon gesagt das war ja so mittel also sonst wäre der gelbe ganz geil gewesen weil er eben für null plus drei macht kannst du ja als instant halt wie eine attack reaction spielen was ziemlich cool ist richtig äh herald of eredition irgendwie noch zu pumpen und so ziemlich geile sache gelb pitch unterstützt luminaris haben wir alles nicht mehr kein block ist jetzt nicht ganz so schlimm wir haben so viel ohne block in den äh prison builds gehabt dass die eine karte da jetzt auch nicht mehr so weh tut aber wäre so ein einer maximal zweier slot also ne so als überraschung ne ähm und wie gesagt wahrscheinlich dann auch einfach den gelben ja äh mal kurz überlegen herald of eredition kommt für fünf käme ich auf acht hoch ein dreier block mit defense reaction wäre sieben wäre schon ganz gut also käme ich drüber ja also gelb würde passen äh aber egal du kannst gerne mal hier äh die nächste illusionist ähm genau das ist nämlich auch nicht also die beiden illusionist karten die heute noch gespoilert wurden die äh sind nicht nur für prison wie wir uns erinnern ja sondern natürlich auch für der roma ne jup genau äh und zwar haben wir hier einmal den flickertrick ähm die das ist eine illusionist defense reaction kostet null hat eine rot pitch und blockt für fünf und hat äh die fähigkeit mirage das heißt ähm wenn das ding eine non-illusionist attack mit sechs oder more äh more äh oder more ähm mit sechs oder mehr angriff äh blockt wird das ding zerstört also quasi so ähnlich wie phantasm nur andersrum ja genau also mirage ist quasi das phantasm hier auf einer defense reaction in dem Fall das phantasm genau das phantasm der dereactions sozusagen ja ähm also flickertrick ist äh auch äh by the way halt ne neue majestic ne genau stimmt ähm ist ja eben wie du sagst es für dromai als auch prism äh neue prism äh young old prism whatever prism geht halt in jedem illusionist ist für mich äh eher so eine sideboard karte ähm wogegen äh ninja aber auch nur wenn er verhältnismäßig also eher so ein fine ninja deck äh als so ein katsu ninja deck wo ich dann immer noch anzitte vor rain äh vor razor reflex je nachdem wie so eine meta sich etabliert und äh razor reflex sag ich mal nicht mehr so meta ist wäre mir das dann ziemlich egal weil äh durch äh den ancestral empowerment die attack dann eher nur so auf vier oder fünf halt eben hoch geht das wäre dann völlig okay und super zu blocken ähm also aber ich muss sagen also generell und nochmal ein viserai und dash dash spielt keine äh reactions aber dash haut doch mal der haut doch für mehr als fünf ach ja hätte ich jetzt gesagt äh den harpoon okay da ist jetzt ein blödes Beispiel weil du ähm sowieso geforscht wirst eine handkarte reinzulegen genau ähm aber zero äh zipper hit zero to sixty mhm ja throttle ähm die anderen äh den den ähm die dominate macht die karte und so oder eben der nächsten karte plus drei gibt der kommt auch erst mal wenn die jetzt nicht durch den teclopawn da äh gepumpt sind ne ja genau das ist es nämlich also wenn der teclopawn hat vorne weg throttle ist der einzige sechser äh attack also der flat sechs hat ja genau ich meine halt diesen buff durch den teclopawn da ist ja egal der ist ja nur auf der ersten attack ne deswegen die macht ja mindestens zwei drei attacks ja ne ist eine gute sideboard karte gegen dash auf jeden fall weil dash hat keine dash hat keine defense äh attack reactions ok also du würdest dir auf jeden Fall ein sideboard für dash wenn ich sideboard slots hätte ja wäre das auf jeden Fall ein äh eine Möglichkeit zum Beispiel ähm für ein dash äh dash ok da kannst du dir auf jeden Fall safe auch einsetzen dass die also da würde sie dir definitiv auch value bringen ganz klar definitiv äh da wäre die richtig gut eigentlich ähm viserai auch ok ja meistens sind es dann doch vierer die da kommen da kann ich auch eine normale äh sink below spielen ja ähm also da aber das wäre dann so ein geteilter slot ähm hab ich jetzt keine sink below im sideboard dann könnte ich es trotzdem auch noch gegen viserai einsetzen weißt du wie ich meine ähm also aus der Sicht von droma die ich ja mal gespielt habe mhm würde ich sagen ist das ding nett klar weil es red pitch hat ist das in Ordnung ich würde es auch wahrscheinlich ins sideboard reintun aber ich bin da jetzt nicht mega gehypt drum also ich würde es ne ne also die ist halt äh vor allem wenn sie dann platzt hast du ein richtiges Problem ja das ist richtig ja so ähm aber wie gesagt also gegen phi kann ich sie mir als sideboard karte vorstellen gegen dash und äh gegen falls viserai katsu ähm ja das wäre es schon also gegen äh guardian und so kannst du die halt komplett vergessen gegen ranger kannst du sie auch komplett vergessen ja gegen briar oder sowas auch gegen briar eigentlich auch weil zu viel gepumpt ist ja ich meine gegen gegen lexi vielleicht ne ranger das geht gar nicht ja stimmt auch also weil immer wenn du sie spielst also die kann gut sein aber die kann auch ganz schlimm wehtun ja weil immer wenn man die spielt hast du halt schiss dass der gegner eine d-react äh eine attack react hat eben und äh wehtut ja genau und ähm lexi spielt nun mal rain razors auf jeden fall und kann auch mal lightning press spielen ich hätte sogar bei irgendwelchen exotischen kameraden bei briar angst dass sie lightning press spielt ja ja absolut und in den fetten turns wo die attacks eh gepumpt sind kann ich damit eh nix anfangen ja das heißt die bringt mir nur was in den durchschnitt turns wo vierer breakpoints präsentiert werden da kann ich wieder mit normalen sink arbeiten deswegen an der stelle gar nicht erst für briar äh gerade genannt worden von mir sondern nur einigermaßen für katsu ähm viserai und gut gegen dash und äh high auch noch es sei denn es etablieren sich besonders viele attack äh reactions genau das ist aber also ich fett hype tut sie mich auch nicht nee also summa summarum ich war da jetzt ein bisschen unterwältigt also ist nett aber ist jetzt nicht so wo ich mir denke wow ne majestic nee dann ist eher so die 1 euro majestic ja ich glaube wenn sie da mal hinkommt äh aber wenn ihr irgendwelche besseren ideen habt äh schreibt es uns gerne in die Kommentare wir haben den Wert der Karte nicht erkannt genau die nächste Karte sieht dann deutlich anders aus dann hauen wir raus lost in thoughts das ist eine illusionist action majestic äh auch eine rote sie kostet 1 sie blockt für 2 so look at target hero's hand and choose an attack action card if you do put that card on the bottom of the deck and they create a ponder token go again erstmal attack go again so handmanipulation ist sehr gut auf jeden Fall ich ziehe eine Handkarte eine attack aus der Hand des Gegners lege sie unter das Deck dafür bekommt der Gegner am Ende des Zuges wieder eine Handkarte gezogen also in Form durch ponder token kann dieser auch noch arseneln also er kriegt nicht einfach aber was eben wichtig ist ist dass ich zum Beispiel ein ich manipuliere die Hand und reduziere die Hand in dem Moment in meinem Turn wo ich halt noch äh angreifen kann das ist es nämlich das wollte ich auch gerade sagen ich finde das so gut es ist schon sehr stark und dieser ponder token balance ist nochmal etwas weil es sonst einfach wäre das minus eine Handkarte und ich darf sie auch ohne den ponder token wäre das Ding ja absolut da hätte ich gar nicht releasen müssen was die E-direkt gemacht wäre aber so mit dem ponder token ist das noch einigermaßen gebalanced aber ich finde es schon super stark ich finde die das Artwork auch tatsächlich zum Beispiel für eine Illusionist Karte relativ düster also da sind so ja so komische Monster Tentakeln Sklette da ist so eine Person die da quasi in so ein so einer Harp hier oben links ja genau in so einer Nebel Wolkenwelt gerade irgendwie steht wird quasi angegriffen von Albträumen ja sozusagen genau so sieht es aus ja Flickertrick ist so ein bisschen pew pew äh ich dodge ja aber Lost in Sword finde ich boah genau finde ich auch also geiles Artwork und dann wirklich auch super starke Karte und auch muss ich sagen ähm auch wieder Red Pitch ne also auch für Droma ja für Droma sehr gut ja sehr sehr interessant ne ja Popper wie gesagt Handmanipulation Hand füllt sich nicht irgendwie sofort auf den Popper aus der Hand nehmen mit einem Drachen attacken geht damit wunderbar also sehr gute Karte für denke ich beide Illusionisten geeignet ja und wir müssen glaube ich auch nochmal drüber sprechen ich finde das krass also ich fände die Karte ohne Go Again schon gut ne aber doch würde ich schon sagen aber dass sie auch noch Go Again hat finde ich richtig krass wie ja aber was hast du davon wenn du deinen Turn damit beendest äh ne ohne Go Again wäre es dann zumindest noch ein bisschen da drum rumspielen müssen dass du irgendwie den Action Point kriegen musst oder ne dass du irgendwie mit dem neuen mit dem neuen Eloquence Token arbeiten kannst den kriegst du halt nicht so einfach den kriegst du ja in Oceania also primär deswegen ich hab mir schon gedacht dass du so ein bisschen Richtung Eloquence Token gehen willst ich meine wir wissen ja noch nicht wie viele wir davon kriegen aber es würde sie schon deutlich schwächer machen äh für eine Majestic finde ich das schon okay äh sie blockt auch nur für zwei also ist schon findest du die nur okay ja nein ich find's okay also ohne das Go Again wären sie zu schwach ja aber ich find mit dem Go Again ist sie schon leicht sehr sehr stark leicht sehr sehr stark sie ist einfach sehr gut ja also sie ist sehr gut und man wird gucken was man damit machen kann aber es gibt dafür gibt's ja auch neue Sets alle kriegen ja auch gut ist ja auch nicht so dass jetzt die anderen Anson of Spring ist ja auch eine sehr gute Karte zum Beispiel ja klar die anderen Kinder kriegen auch neues Spielzeug aber die Illusionist Kinder wir kriegen auch neues Spielzeug ja und dabei muss ich auch wirklich sagen ist die jetzt wirklich auch die Beste die anderen sind Medium also wenn die jetzt nicht dabei wäre hätte ich gesagt bis jetzt ist noch nicht viel dabei für Illusionist ganz klar ja das ist richtig ja okay wir haben eigentlich gar kein Spoiler-Thema die Intention Zweiter zu machen war auch das Ganze nicht so lang zu machen deswegen sollten wir zum Next Topic langsam also die Karte war Lost in Thord und wir waren Lost in Quatsch in Spoiler Lost in Spoiler Lost in Labern ja ähm gut ja wir haben ja das Hauptthema und zwar das Hauptthema ist natürlich äh der Draft wie eben ankündigt und äh ja wie gesagt heute Light Side of Life und zwar haben wir die Light Heroes uns rausgepickt genau ähm erst mal was grundsätzliches würde ich sagen zum Set ja bitte Monarch Unlimited äh wir haben hier 4 Heroes wir haben Prism Bolton Chain Levia ja das sind Light Illusionist Light Warrior Shadow Runeblade und Shadow Brute so das heißt wir haben hier in dem Set Talent Karten äh Light Shadow wir haben in dem Set ähm Generic Karten natürlich dann haben wir in dem Set eben die Light Illusionist Karten Illusionist Karten ne dann wieder Warrior Light Warrior Runeblade Shadow Runeblade und eben Brood und Shadow Brute Karten so das sind erstmal alle verschiedenen Varianten an Karten die es so gibt ne richtig also alle möglichen Mix and Match Kombos die man sich da ähm ja genau herausbauen kann per se ist das Set deutlich schwieriger zu draften als Outsiders oder Uprising warum ist das deiner Meinung nach deutlich schwieriger zu draften das ähm fände ich ganz schön wenn du das einmal erklären würdest ich finde du hast schon eine harte Pack Varianz ja also wenn wir uns so ganz gut die Pack Distribution in etwa ja ist ähm du hast vier Generics beziehungsweise ja ich meine es sind vier Generics wo äh dann aber auch bis zu also Come Generics ne so dann hast du immer einen Doppel-Rare-Slot der schon mal alles sein kann dann hast du einen Equipment-Slot und einen Rainbow-Foist-Slot der erstmal auch wieder alles sein kann so das heißt du hast schon mal vier, acht Karten von boah lass mich nichts Falsches sagen es waren ist ein 15er Hack dann nach Token ähm ja so auf jeden Fall plus du hast eben vier Helden und du hast eben Talents ähm da dann auch festzustellen ähm auf was der Gegner der Gegner auf was die anderen Mitspieler sind safe zu sagen ist ganz schwer und teilweise eben überhaupt nicht möglich ne also wer bei den ersten Picks ist es super schwer bis nicht oder kaum möglich je nachdem was der Gegner jetzt pickt oder wie auch das äh Pack eben war ähm also schon schon eine knifflige Angelegenheit sag ich mal ähm also da geht's halt schon los du hast halt ein breiteres also Outsiders ist da völlig anders und einfacher äh beziehungsweise schöner designt würde ich schon würde ich schon so sagen ja also okay ja ähm okay ähm ja nochmal also nochmal diese diese genau äh diese Generic stimmt also du hast diese Generic Slots das sind im Prinzip 5 äh ist ein 5er Slot der ähm aber auch äh Shadow oder Light meine ich sein kann also Talents können dann da auch wieder reingehen so und dann hast du halt noch einen 6er Klumpen an eben Klassenkarten wo dann aber auch da hast du einen gewissen Split drin aber das heißt halt auch du hast ja Light Illusionist aber auch Illusionist ne und Light Warrior also es sollten ja du hast die Kombo da auch noch drin ja genau es sollten in der Regel aber drei Karten in irgendeiner Konstellation aus Light Illusionist beziehungsweise Light Warrior oder eben Warrior Illusionist sein das heißt ich kann eine Light Illusionist haben eine Illusionist und eine Light Warrior Karte für diese drei Slots als Beispiel und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel dann ein Shadow Rune Blade eine Rune Blade und eine Brute Karte gar keine einzige Shadow Rune Blade sondern dafür keine einzige Shadow Brute dann und wenn die dann in dem Rare Slot nicht drin ist dann hast du oder im Rainbow Vollslot es kann also durchaus sein dass du mal keinen davon hast also keine Shadow Brute Karte in dem Pack deswegen ist das auch relativ wichtig immer also offen zu bleiben oder ja schwierig und sich nicht zu früh zu committen oder wie siehst du das ja ist auch so eine Sache also was noch dazu also also die Pack Distribution ist erstmal ich habe die jetzt auch noch nicht so festgeschrieben weil auch hier gibt es einen Unterschied zwischen belgischen und japanischen Print dran und ich habe da auch verschieden ja und ich habe da auch schon verschiedene Quellen mir angeguckt die leider auch verschiedene Aussagen treffen plus ich habe zu wenig also ich habe jetzt mir nicht deswegen Monarch Display aufgemacht oder Case sondern nur die paar Drafts die ich hatte da habe ich da drauf geachtet aber ich kann jetzt da nicht garantieren ich mache ja pro Draft selber drei Booster auf dass da nicht dann doch mal eben bei dem was ich jetzt gerade gesagt habe vielleicht doch ein kleiner Fehler ist oder es dann doch in 24 Packs das eine Pack gibt wo tatsächlich dann wirklich ich habe es noch nicht gehabt dass keine Shadow Root Karte zum Beispiel drin ist aber ich meine es könnte theoretisch eben sein weil diese Verteilung eben so ja fast chaotisch ist so und du kannst dir halt wirklich nur relativ safe sein wenn dir jetzt sagen wir mein Gegner hat Pick 1 gemacht also jetzt nur um diese allgemeinen Sachen zu klären und ich habe jetzt wirklich noch ich sehe hier sind die der Rainbow Fall Slot ist noch da ich sehe die beiden Rares sind noch drin also Majestic und eine Rare also der eine Rare Slot kann eben Rare oder Higher sein das Equipment ist noch drin so und dann habe ich hier eben fünf Generics und Light oder Shadow Karten halt Talent Karten und Generics so und ganz klar es wurde also als First Pick von meinem Seed vorher eine der Common Karten also rausgenommen so und wenn dann wirklich jetzt zum Beispiel keine einzige Light Illusionist Karte oder keine einzige Shadow Brood Karte drin ist dann kann ich sagen alles klar der hat mit Pick 1 schon was geforced ja sonst okay aber nur in dem Fall wenn der die Rare rausnimmt weiß ich gar nichts oder wenn der Rare fehlt weiß ich wirklich gar nichts wenn ich scheinbar noch sechs Klassenkarten habe dann weiß ich zumindest er scheint offen bleiben zu wollen offen bedeutet hier aber auch ich kann mich ich kann erstmal Generics picken klar ich kann aber auch hingehen und sagen ich will ich gehe auf Shadow ja ich wähle Shadow erstmal Generic und Shadow Karten in den ersten zwei drei Picks und habe dann die Möglichkeit auf Shane oder eben Levia oder eben ich gehe auf Light und Generics am Anfang bin offen für Sir Bolton und Prison ja das finde ich nämlich nochmal interessant weil dieses offen bleiben fand ich halt immer super super schwierig ja und auch gerade im Monarch Draft und diese Strategie die du ja eben gesagt hast die finde ich sehr sehr gut dass man quasi offen bleibt aber sich vielleicht schon mal für eine der beiden ähm Farben also für eine beiden Talente äh entscheidet ja finde ich ziemlich gut schon mal ja da gibt es noch einen Trick tatsächlich bei ähm es gibt gewisse Synergie Karten ähm also es gibt relativ viele ähm was heißt relativ viele es gibt ein paar schöne Kombinationen aus dem Pool was Generics angeht die du als auch Equipment so wie in Generic äh Karten zum Beispiel aber wiederum zwischen Shane und Bolton als Beispiel bei beiden ist ausgesprochen gut äh Minnowism Belittle die Kombination mal davon abgesehen allgemein ist Minnowism und Belittle in diesem Set sehr gut äh die sind ja auch so gut sonst werden die ja nicht gebannt ne genau also wenn du das aber insbesondere eben halt geeignet für Shane und Bolton so und das heißt ich kann auch wenn ich wenn ich solche äh plus was Shane und Bolton beide auch gut finden sind äh die Stubby Hammers Bolton mag natürlich noch lieber die Galantry Goals aber ich könnte ja ich hab jetzt ich kriege Equipment gepasst Stubby Hammers als Beispiel Pick 2-3 kann ich schon picken und immer noch sagen okay ich hab zwar ich hab dann ein Hand Equipment was sowohl für Bolton als auch für ähm Shane geht besser noch in Shane aber bei Bolton ist es auch gut wiederum für Bolton werden die Galantry Goals etwa besser etwas besser aber ich kann bei beiden noch wunderbar das Ding nutzen und ähm ja Sir Bolton gehen wir gleich noch auf einen weil du willst halt eben äh Board Pumps also äh Pumps äh die wie Stubby Hammers geben halt Attacken plus 1 dadurch kann ich Fähigkeit von Bolton um zu benutzen whatever so du kannst äh auch Generic Buffs wie bei beiden wie dem dem äh hier diesem Warmocks Call oder wie es heißt ähm auch picken er zwar nicht so ist keine der Favorite Karten die du picken willst aber sowohl Shane als auch äh Bolton kann gut den Warmongers Recital oder sowas nutzen also diesen Front Pump sag ich mal ähm Generic bei beiden okay also so kann man es ein bisschen machen oder man pickt äh irgendwie schon mal einen 6er Popper oder sowas im Early Game Generic ja äh was ja auch nicht verkehrt ist gegen Prism genau ähm also diese Verzweigung gibt es eben und es gibt eine Verzweigung tatsächlich eine nochmal etwas abgeschwächtere als die also die kann man relativ gut draften für ein paar Picks also hier die Verbindung zwischen Bolton und Shane ja äh da gibt es noch eine andere Verbindung zwischen Prism und Levia äh in Bezug auf Generics äh aber sehr minimal äh hier kannst du halt auch noch gut picken äh Zealots Belting funktioniert bei beiden gut äh also der hat ja quasi ist eine Generic äh 5, 4 oder 3 äh mit Go Again wenn also Angriff kostet 2 und Block nur 2 und mit Go Again wenn du eine Karte im Pitch hast die einen höheren Angriff hat so und du kannst halt bei bei über Prism einfach einen Gelb Pitch benutzen einen gelben Herald der hat Angriff 6 für den roten Zealots Belting der kommt dann mit 5 Go Again und Levia hat überhaupt keine Probleme einen 6er Pitch äh zu haben ne ist richtig ähm und somit kannst du Zealots Belting bei beiden gut benutzen und ist bei beiden auch cool im Deck weil es ein 5er Go Again ist äh und bei also bei Prism ist es ein 5er Go Again der nicht gepoppt werden kann und bei Levia ist es halt einfach ein 5er Go Again den ich vor meinen dicken 6er 7er 8er Swing legen kann was auch geil ist ne ja das ist richtig ähm ansonsten Rousey Ancients ist aber ist für beide eben gut spielbar bei Prism ist es eine nicht popbare Attack ne bei Levia genau das gleiche wie gerade ein dicker Go Again Attack vor meinem anderen Tall Attack den ich spielen möchte das also auch ist aber eine minimale also 4 mehr Karten wollen die sich jetzt auch nicht teilen äh aber da kann man sich dann ein 2 Picks noch Luft mit verschaffen bevor man sich dann festlegt als Beispiel wobei ich nicht unbedingt äh jetzt ein Sellers Belting äh 1st oder 2nd Pick wählen möchte in Rot also dann sollte das Booster schon mehr hergeben aber du kannst auch am Anfang du kannst auch wieder also diese also du hast einmal die die Light oder Shadow Generic Option am Anfang offen zu halten oder eben die Synergien zwischen den Heroes zu nutzen ja dann kannst du dich weiter etwas vertiefen in eine Richtung in dem du dann Light oder Shadow dazu packst ja okay du kannst ja dann immer noch 1 2 wenn du 1 2 Picks verlierst wenn du dann doch auf Shadow wechselst bricht es dir ja nicht unbedingt das Genick ja ähm oder eben halt auch grundsätzlich die ersten Picks Value mäßig machen das heißt ich nehme die beste Karte die im Booster ist und schaue beobachte währenddessen was mir gepasst wird und habe auf jeden Fall schon mal die Bomben die mir zur Verfügung standen rausgenommen weißt wie ich meine das ist ja auch eine Variante also quasi die genau die Variante mit von Freddy ne ja genau also die kenne ich halt nur die die bin ich auch nur imstande das zu spielen äh weil bei den anderen Dingern muss man halt so krass viel mitdenken mitrechnen mit überlegen was muss man da und da machen ähm die Frage ist halt ob es hier noch geht bei Outsiders war es eine wirklich coole Variante weil es noch deutlich flexibler ist und schöner zu draften hier ist es halt schwieriger also hier einfach zur Erklärung die Packaufteilung ist deutlich komplizierter äh nicht so einfach ich bin mir selber noch nicht hundertprozentig eben sicher bei dem was ich vorhin gesagt habe deswegen verschiedene Quellen äh hab jetzt ist zu lange her dass ich genug geöffnet habe um das zu wissen noch so ähm also Packaufteilung ist komplizierter vier Charaktere äh eben keine Split Heroes ja dadurch doch schon deutliche Angrenzung eben auch zwischen den Charakteren ähm ja etwas komplizierter auf jeden Fall so ja und deswegen die Draft tatsächlich ich muss auch sagen ich find's nicht so geil zu draften ja also ich finde andere Sets cooler oder fand andere Sets schöner gerade weil man das nicht berechnen kann oder gerade weil man das halt nicht so gut berechnen kann ja du kannst halt wirklich auch da ist relativ viel Varianz in dem Pack und du kannst es kommt schon häufiger vor dass du wirklich schlechte Packs findest ja also das ist ja häufiger wirklich komische ein komplettes Shadow Pack sozusagen äh wo halt in den Slots von den Klassen sind dann einfach nur Illusionist und Warrior Karten als Beispiel ja und dann aber Shadow Shadow äh Roomblade Shadow Brood Karten äh Generics und noch ein paar Shadow Karten dabei äh dann hast du auch noch hier im Rainbow of War Slot irgendwie eine Shadow Roomblade Karte und so deswegen ähm es gibt kann dazu kommen dass du sehr einseitige Packs hast von ja und das will man halt nicht weil wenn du dich auf Light eingeschossen hast oder wenn du dich auf einen Hero eingeschossen hast und da gibt es ein Pack wo du wirklich nichts und gar nichts mehr picken kannst genau das ist dann eher wo du nichts oder nur sehr wenig eben irgendwelchen Generic Kram rauspicken musst der nicht gut ist so ja richtig weil da ähm ja aber das halt eben das war jetzt so der kurz die Rubrik allgemeines zu Monarch Monarch Draft Allgemeinwissen sozusagen und äh jetzt würde ich sagen kommen wir auch zu den Heroes also beziehungsweise zu den Light Heroes soll man mit einem Bolton starten oder möchtest du jemand mit Prism starten ich hätte am liebsten mit Prism kommt bei mir immer first dann machen wir Prism für dich dann stell doch mal deine geliebte Prism vor ja also Prism ist eben unser Light Illusionist hat ähm 20 Leben Intellekt 4 ne ganz standard und äh ihre Fähigkeit ist eben dass sie einen Spektral Shield Token produzieren kann für zwei Ressourcen instant einmal pro Zug indem sie eine Karte aus ihrer Seele banished und äh Karten kommen in die Seele zum Beispiel durch On Hits äh wenn es auf den Heralden drauf steht und so weiter ähm ja so ist eine sehr äh sie hat eben sehr mächtige Overvalue äh Angriffskarten in Form von eben Heralden ja äh dazu ist sie der Einzige aber achso ja ist der Anzino äh dazu hat sie eben außerdem ähm als Einzige die Möglichkeit ne das stimmt nicht ganz eben Auras also in dem Set aber kann sie als Einzige Auren spielen die Spektra haben ne wo quasi der Action Point verloren geht wenn man die aus dem Board removen möchte und produziert eben diese Shield Token so Kehrseite ist eben dass die Big Attacks eben durch Sechser Attacks gepoppt werden können weil sie Phantasm haben ne das ist halt da muss man halt ein bisschen aufpassen das kann man in einem Spiel ganz schön zurückwerfen weil eben eine sehr starke Attack nur mit einer Handkarte geblockt wird die dem ganzen äh ja den Action Point auch noch raubt mit meiner Attack also in dem halt die Comanche geclosed wird der Angriff äh poppt sozusagen der Action Point ist weg ähm ja das ist halt so ein bisschen die Downside aber insgesamt kann man halt mit ihr sehr Overvalued Attacks produzieren auch durch ein paar äh Phantasmify zum Beispiel auch eine Illusionist Buff Karte die in Rot plus 5 macht aber dafür ist die Karte eben Illusionist ja äh oder die Karte Phantasm ähm solche Sachen ähm ja also das sind so aber grundsätzlich ähm kannst du relativ schön äh eben geile Heralde draften und drüber werfen auch den Gegner äh durchaus auch mal eine Aura mitnehmen die eben permanent eine Fähigkeit on board präsentiert und du eben mit deinem Zepter was die Standard Token Waffe ist auch attacken kannst mit 4 Go Again für einen Blow Pitch ne also mit der Iris of Reality als Token Waffe äh und eben du hast die Möglichkeit Shield Token zu produzieren die äh auch Arcan Schaden verteidigen können mit denen du auch über deinen Zepter angreifen kannst gerade im Late Game sind Shield Token sehr stark und auch eben äh Shield Token produzieren mit dem Shield Token erstmal attacken mit Go Again und dann noch einen Heralde werfen zum Beispiel setzt den Gegner extrem unter Druck da hast du ganz schnell in dem Turn Cycle halt diese 10 11 Schaden äh brauchst nur einen gelben Heralde haben kommst du von für 10 na 4 Go Again und dann 6er Heralde der natürlich Phantasm hat aber whatever ist insgesamt ja eine äh verhältnismäßig starke Klasse in dem Set ähm okay und äh mit welchem bevorzugten Spielstil also wenn äh für wen würdest du Prism denn empfehlen zu draften das ähm finde ich glaube ich noch relativ wichtig äh diese Frage zu klären also wenn ich jetzt eher so der Hau drauf Mensch bin würdest du dann Prism empfehlen oder würdest du dann eher sagen oh Finger weg ne tatsächlich nicht also die also tatsächlich kannst du so einfach nicht beantworten äh weil ähm das ist ja das Schöne eben an Prism äh diese Vielseitigkeit ja ähm du kannst eben ganz klar äh dein je nach was du gedraftet hast und je nach Matchup auch dein Spielstil variieren ähm du kannst absolut Value Aggro spielen also fette Heralde mit Frontpumps ja und äh den Gegner da äh mit überwältigen indem du wirklich aggressive fettgebuffte Attacks rüber schmeißt ähm und das ist ja auch das ist dann die Form von Hau drauf aber das funktioniert halt nicht immer wenn du halt gegen Levier spielen musst kannst du es halt vergessen weil dir alle deine Attacks platzen äh dafür musst du also vorbereitet sein ähm deswegen da geht es nicht ganz so einfach du musst äh dein Spielstil ein bisschen variieren können ähm also dann können wir wo du das gerade drauf ansprichst zum Beispiel ist dein Spielstil gegen Shane eher vertiegen also ihn Deckout gehen zu lassen und alles wegblocken muss aber nicht der Plan sein ich hab zum Beispiel letztens äh das Pech gehabt dass ich wirklich in den ersten zwei Turns wo Shane noch nicht so stark ist eben weil er die Shackle noch nicht hat ähm hab ich gegen Prism gespielt und hab dann äh richtig fette Attacks abgekriegt also hier so ein 12er ähm Herald of Protection hatte kein Popper ja äh eben plus 5 hat er noch gekriegt auf den roten drauf ne und in dem Turn danach war auch irgendwie ähm ein Herald ein roter äh mit Frontpump kam dann auch für 10 ne also weil genau da sind dann halt schon 22 Schaden in zwei Turns entgegengeworfen wo du dann wirklich Karten reinlegen musst wenn du keinen Popper hast ähm aber grundsätzlich kannst du also ich muss sagen mir hat Prism auch sehr gut gefallen ich hab Prism ja auch mal gedraftet ähm das einzige Match womit ich äh hart auf die Fresse gekriegt hab äh auf gut Deutsch gesagt war tatsächlich gegen Levi ja weil sie im Prinzip grundsätzlich alle deine ähm Herald Attacks poppen kann so da ist es halt wichtig dass du ähm beim Draft das so machst also wir könnten ja mal durchgehen was so die Prioritäten für mich bei dem Karten an Draft im Draft wäre ja ähm weil dann kommen also die wichtigsten würde ich nennen ja genau also ganz klar äh ganz wichtige Karten eben um vernünftiges Deck hinzukriegen sind wirklich die roten Heralde ganz klar du willst die roten Heralde weil die halt eben mit dem siebener Breakpoint um die Ecke kommen mit geilen On-Hits sehr stark wenn die rote Heralde gepasst werden ist es auch ein ganz starkes Zeichen dafür dass ein Dime Seed im Moment zumindest prism offen ist dann macht es sicherlich Sinn drauf zu gehen tatsächlich wenn man halbwegs spielen kann wichtige Indikatoren und auch Equipment Pieces sind die Halo Illumination weil sie dir safe eine Karte in die Seele liegt was ganz wichtig ist damit du im Late Game den Spektralschild Token machen kannst als Beispiel und Dream Reavers sind auch richtig gut mal davon abgesehen dass sie Equipments aus Spellvoid haben was gegen Shane helfen kann bei Fatigen die Dream Reavers haben auch Spellvoid plus dass sie eben also Spellvoid nochmal für alle ja Spellvoid eins zum Beispiel bedeutet ich kann das Teil opfern das Equipment opfern und einen Schaden von einer Arcan Quelle preventen indem ich es halt opfer Spellvoid zwei wäre ich kann halt von einer Quelle zwei Arcan Schaden verhindern und deswegen sind Spellvoid Equipments sind die einzige nahezu einzige Möglichkeit in dem Set Arcan Schaden zu verhindern zum Beispiel anderes Beispiel wäre halt eben Schild Token so Dream Reavers sind halt super geil auch weil sie eben von einem Phantasm Attack Phantasm runternehmen wenn du also einen coolen Front Pump auch noch hast als Beispiel hier den also den Phantasm in Fall geht übrigens nicht aber es gibt einen Light oder halt einen Generic Front Pump der eben plus drei zum Beispiel auf deinen Attack macht dann kommt halt ein roter hier halt schon für zehn den nimmst du dann Phantasm weg durch die Dream Reavers dann muss der Gegner erstmal ein paar Blockkarten reinlegen und kann den nicht einfach poppen deswegen auch wichtige Erkennungsmerkmale eben für Prism ist offen rote Heralde Halo of Illumination Dream Weavers als auch die wichtigsten Pieces zum Picken so und dann geht es darum wichtig eben für das Levia Matchup was du genannt hast ist dass du auch Attacks hast die nicht poppen in Form von zum Beispiel Light Attacks die nicht poppbar sind ja okay ja genau Light Attacks wie Illuminate Rising Solar Tide natürlich am besten dann in Rot das sind Attacks die eben in die Seele gehen können was hervorragend für dich ist on Hit und sie können halt nicht durch ein 6er Popper verhindert zerstört werden sondern sie müssen normal geblockt werden die Attacks sind so wie Beleidigungen die gehen in die Seele rein ja Invigorating Light auch eine sehr geile Rare weil sie wenn dein also die rote ist erstens ein Popper weil sie eine Light Karte ist und 6 Stärke hat und wenn deine Seele leer ist kommt die Karte auch wenn sie nicht hittet am Ende des Chainlings also wenn Chainlink geschlossen wird in deine Seele das heißt ist deine Seele leer kannst du mit Invigorating Light wenn du die spielst deine Seele definitiv schon mal auf warum nochmal möchte man die Seele immer immer voll haben also ich will erklären für die insbesondere für das Levia einmal damit ich Schildtoken produzieren kann um eben mit dem Zepter auch zu attacken also mit der Iris of Reality die macht eben meine alle Auren bei mir zu Waffen die die Fähigkeit haben Attacke für 4 mit Go Again für 3 Ressourcen das ist besonders gut im Late Game weil du halt mit Auren und Schilden immer wieder für 4 Go Again für jeden Blow Pitch dann attacken kannst hast du eine Aura und ein Schild kannst du mit 2 Blow Pitches jeweils für 4 kommen und dann danach immer noch eine Karte spielen weil die Fähigkeit ist auf der Aura und nicht auf der Iris und gerade im Late Game ist das sehr gut hilft auch gegen Fatigue werden weil ich halt mit Auren und irgendwie Schildtoken immer wieder noch mit der Iris über die Iris angreifen darf und das ist halt die Möglichkeit wie du das Levia Matchup gewinnst insbesondere gegen Levia weil Levia die hat halt ziemlich viele dicke Attacken die kann dir halt dein Gameplan von ein paar dicken Attacks dicken Value Attacks zunichte machen die lässt deine Träume platzen und deswegen brauchst du halt Dinge die dagegen arbeiten genau also für dieses Matchup brauchst du zum Beispiel eine Kombination aus Dreamweavers aus verschiedenen Light Attacks und vielleicht noch der einen oder anderen richtigen Rare Aura also die gelben Auchen die nicht blocken Genesis Merciful Parable of Humility die sind da besonders stark gegen bei Levia und in anderen Matches sind sie tatsächlich nicht so die Oberperformer ja das ist halt das Problem was ich dann an Prism sehe eigentlich also theoretisch gewinnt man dann ja nur mit Glück gegen das Levia Matchup oder wenn du ein gutes Deck gedraftet hast verbesserst du auf jeden Fall deine dein Matchup deutlich also ich habe schon häufiger also ich habe schon relativ häufig im Sealed oder so Levia geschlagen letztens habe ich tatsächlich gegen Levia mit Prism verloren war super knapp ein zwei Situationen anders hätte ich gewinnen können hatte kein hatte ein bisschen hätte vielleicht noch ich hatte keine richtige Aura also das hat mir in meinem Deck gefehlt die hätte vielleicht geholfen oder ein rotes Invigorating Light eben hatte ich auch nicht ich hatte zwar Dreamweavers und eine Halo aber das war es dann auch schon dann ein Rising Solar Tide oder so ein Sealed Belting ein zwei Yenti Antti aber würdest würdest du denn sagen Prism für einen Anfänger also der jetzt gerade so seine ersten zwei Draft Games macht zu sagen jo nimm die oder ja geht schon also geht schon kann man schon machen lernt man auch viel relativ viele verschiedene Mechaniken am einfachsten würde ich schon sagen ist Levia ja wobei ist auch nicht der Autopilot weil du musst da auch gewisse Dinge beachten gerade ziemlich viele aber da kommen wir in der nächsten Folge zu ein weiteres Problem nämlich ist dass Prism durchaus overdrafted sein kann weil sie sehr beliebt ist ja obwohl es gibt ja auch viele Prism Hater sag ich mal ne also ein paar Leute viele lieben sie viele hassen sie ja aber du kannst also das ist eher wieder was allgemeines ich bin der mal in der Regel so wirklich der Standard sind drei Prism drei Chain ein Bolton eine Levia und dann kann es mal sein dass es mal nur zwei Chain sind dafür eine Levia mehr oder eben Bolton mehr aber sehr sehr selten sind es weniger als drei drei Prism es kann sogar auch mal eine vierte geben wenn einer es knallhart haben will ja ja gut dann würde ich sagen haben wir Prism abgefrühstückt und dann würde ich sagen kommen wir zu unserem wackeren Light Warrior und zwar Sir Bolton ja warte lass mich noch mal kurz ich will einmal eben noch ganz schnell die Matchup so durchgehen das heißt also gegen Chain eher fatigen das heißt du kannst in Turn Zero Turn 1 kannst du natürlich mit Heralden attacken und so weiter Seele vielleicht auch aufbauen noch die Gelegenheit nutzen schon mal einen Schildtoken vielleicht schon mal zu produzieren und so weiter das sind die schwächeren Turns eben von Chain aufgrund der Chain immerhin eine Mechanik dass er sich selber das Deck wegschreddert und würde ich auch zu einer Taktik raten genau ich würde mir tatsächlich die Halo und die Dream Reavers eher aufsparen für Spellboid ja weil du in den wichtigen Situationen dann zum Beispiel einen Buff oder ein ein Buff einer Runeblade attack oder ein Go Again auf einer attack verhindern kannst wenn Chain keinen Schaden gemacht hat da gibt es so Sachen deswegen die vielleicht ein bisschen aufbewahren dafür ansonsten eher den Fatigue planen also kein Schaden nehmen alles ausblocken dann hat er sich meistens selbst erledigt gegen Bolton kannst du eben eigentlich dein Standard Value Play machen also den Raisen er hat auch weniger das ist glaube ich das einfachste Matchup das schlechteste für Bolton also ich finde ein gutes Matchup ist Prism gegen Chain für mich jedenfalls Prism gegen Sir Bolton da kannst du relativ gefahrlos relativ viel ja weil Bolton halt keine Popper hat keine wenig er hat in der Regel wenig er kann die eine oder andere Leitkarte einpacken er hat in seinem Light Warrior Kartenpool einen Popper maximal das ist dieser boah irgendeine Majestic auch noch ja ansonsten ja gerade weil diese Karte ja Majestic ist ist das halt genau ansonsten dass man die draftet er hat da nur Zugriff auf Invigorating Light eben in Rot ansonsten gibt es keine Light Sechser Attack so und ansonsten eben die Generics die paar also sehr wenige Popper wichtig wiederum für ein Zerbulten wenn wir gleich über das sprechen dass er eben die Popper rein draftet damit das Matchup das schlechteste nicht komplett verloren ist weil den machst du relativ einfach Levia ist schwierig schwierig bis sehr schwierig aber hast du den Luxus dass du ein oder zwei gelbe Augen hast oder hier Prismatic Shield ein rotes das ist halt schon sehr geil wenn er halt sieht jetzt schon wieder anders aus ja genau die helfen halt ungemein da versuchst du irgendwie ins Late Game zu kommen und irgendwann schaffst du es dann dass Levia eben am Blood Debt stiert so läuft es dann nämlich ja genau so das wäre aber ja ja ne alles gut ich wollte jetzt einmal überleiten die Karte die wir gesucht haben war Bolting Blade ah ja kostet vier haut für sieben blockt für drei und sagt kostet zwei weniger für jedes mal was du gechargt hattest in diesem Zug ja in dem Format ist es einfach eigentlich eher nur der Popper eben ja genau es ist der Popper und es ist auch relativ wie gesagt wie gesagt haben wir eben schon gesagt es ist ein irrelevanter Popper oder relativ irrelevant weil man kann halt dadurch dass es eine M ist nicht davon ausgehen dass der in eurem Pool drin ist ja genau also von daher ja es ist schon schwierig sag uns doch mal was der Bolten kann genau also der Herr Bolten da kommen wir ja nicht jetzt zu den haben wir ja jetzt schon quasi zur Hälfte schon erklärt was ja auch gut ist weil wir haben schon echt wir haben schon ein bisschen gequatscht aber ist ja nicht ich weiß aber die HörerInnen mögen gar nicht die wollen es ja so ihr braucht es doch ihr wolltet also ja gut also Herr Bolten der hat eine Intelligenz Intelligenz von 4 hat 20 Lebenspunkte und sagt wenn du diesen Zug gecharged hast dann bekommen Attacks die du kontrollierst plus einen Angriff während sie von einer Attack Action Karte defended werden das heißt wenn der Gegner zu Defense eine Attack Action Karte legt haben deine Angriffe plus 1 und er hat noch eine Attack Reaction du bändest eine Karte von Sir Boltans Seele und eine Attack mit ähm größerer Attack Value als der Basis kriegt Go Again das heißt für gepumpte Attacken die sind größer als ihre Basis die bekommen dann Go Again beziehungsweise die Attack bekommt dann Go Again ja was machen wir mit dem also wenn ich den jetzt draften wollen würde was machen wir damit also wie ist seine Taktik wir haben ja schon gesagt der hat ja keine Heralder beziehungsweise also der konnte keinen Zugriff auf Heralder weil er ist ja kein Illusionist er ist ja ein Warrior ähm wie ist sein Werkzeug wie ist sein Gameplan also das Bolton ist halt so der Typ ähm eben Chargen Sachen in die Seele kriegen um halt seine Fähigkeit auszunutzen für Go Again geben ja das ist das wichtigste eigentlich genau dass du Go Again geben kannst äh dann die passive Fähigkeit eben dass wenn deine Attack eben verhindert äh geblockt wird mit einer Attack Action Card äh du dann eben diesen Buff bekommst von Plus Eins wodurch deine Karte dann vielleicht dann nochmal einen Breakpoint bekommst ne äh nicht nur das sondern eben das wichtigste ist dass wenn er blockt dass es mit einer wenn es mit einer Attack ist dass sie Plus Eins kriegt und dann kannst du dem Go Again geben durch deine zweite Fähigkeit ja das ist schon mal ganz wichtig und da du dich dann nicht darauf verlassen kannst sind eben Pumps wichtig so das heißt also der Playstyle ist erstmal Chargen die Seele auffüllen Attack Buffen Go Again geben und im Idealfall irgendwelche Big Turns Setupen äh wenn du eine Bombe ziehst wie die Luminar Ascension äh kannst du das super machen oder V of the Vanguard ist jetzt nur ein Rare Slot das ist also deutlich ähm wahrscheinlicher dass du in einem Pot ein V of the Vanguard kriegst eins ist sicherlich drin sagen wir mal so ähm dass sich so ein bisschen mit dem Arsenal Setupen und auf eine ja vier bis fünf Kartenhand warten und dann in Kombination zum Beispiel mit Galantry Goids oder Stubby Hammer dann Big Turn machen ja ansonsten kannst du halt gut Seele auf so ein bisschen sich Setupen ein bisschen die Seele hochziehen äh immer wieder Attacks spielen Attacks Waffen ist auch in gewisser Maßen auch so ein bisschen Aggro Deck weil du halt die Möglichkeit hast Go Against zu generieren ähnlich wie Chain ja deswegen da auch diese Energie zwischen Chain und Bolton oder die Ähnlichkeiten auch nur so parallelen nur dass Bolton relativ auch gute Blocks hat ne durch seine Light Warrior Karte ja okay das stimmt also er hat noch mal er hat relativ viele Dreier Blocks halt weil dann Galantry Goals haben auch Battle War 1 was auch relativ cool ist auf dem Equipment wobei das hat Chain mit seiner Rüstung auch das geht ja aber ist so ein Midrange Aggro Deck durchaus ja wie gesagt ein bisschen Setup ist ja voll ist ein bisschen hat höhere Anforderungen an das Deck also da muss eine gewisse schöne Konstellation drin sein eben ich sag mal was halt wichtig ist was du am Anfang was du gerne hättest ja also was du gerne picken würdest so von der Priorität klar Luminar Ascension ist eine Majestic wenn du die im ersten Hüfte aufmachst sag ich mal ja klar geil auch Beacon of Victory sind aber beides auch eine Majestic ganz klar aber hier relativ also durchaus eben pickbar in einem Draft wie auf Vanguard eben als geile Setup Karte im Arsenal einen coolen Turner mit vorbereiten ja also sowas willst du dann also die willst du schon haben ja ja auf jeden Fall Attack und Pump sozusagen in einem du solltest haben die Galantry Gold oder die Stubby Hammerers als Pump der auf dem Board liegt ja den du dann zünden kannst die solltest du schon haben die sind durchaus auch ein Zeichen dass der vielleicht offen ist also die Galantry Gold definitiv ne ja klar das ist ja eindeutig wenn du ja eine Luminar gepasst wird was fast nicht passieren wird oder halt ein Beacon of Victory oder We of the Vanguard ist das ein ganz klares Anzeichen dafür dass der Seed vor dir oder die Seeds vor dir gerade nicht auf Bulten sind äh gleiches gilt für Belittle ja äh für in dem Fall Chain oder Bulten die sitzen dann nicht vor dir wenn dir Belittle gepasst wird und Belittle und Minnowism ist auch eine Kombination aus Generic Karten die du auch sehr gerne in Bulten drin haben möchtest weil es super stark ist und voll in den Plan reinpasst äh kleine Attack äh tut dir die Non-Attack die ein Pump ist äh super ne generiert Kartenurteil ist per se super stark und passt bei dir super rein äh ins Deck so also haben wir die Bomben gehabt halt eben die Majestics beziehungsweise die Rare mit We of the Vanguard Elantry Golds will es auf jeden Fall haben gerne Belittle Minnowism Kombo aber dann brauchst du die roten Charge-Attacks die roten Charge-Karten ja das ist super wichtig in seinem Deck genau so und dann hast du auf jeden Fall die Priorität am liebsten also ich also nochmal so die Charge-Karts sind halt Take Flight Bolt of Courage Engulfing Light Express Lightning ne genau so in der Reihenfolge würdest du die auch in einem Pack picken ne also wenn wir jetzt alle in rot da drin wären ja Take Flight und Bolt of Courage eben die besten ne dann Engulfing Light Express Lightning als Beispiel so du brauchst aber auf jeden Fall auch 6er Attacks zum Beispiel als die Generic hier diesen Stoney Watong Honk oder wie das heißt also Stoney Watong Honk ja genau sowas brauchst du auf jeden Fall wenn du gegen Prism eben spielst dann kannst du eben die Light Popper nehmen wie genau Celestial Catarctism habe ich übrigens gerade vergessen ist aber halt auch eine Majestic ist halt ein 7er Invigorating Light das sind Popper die du gerne haben möchtest da war es dann auch schon so langsam das ist das Problem ja ja das ist halt das Problem aber die brauchst du ja noch eine schöne Generic ist sonst Brandish ist eine Go Again Attack mit Buff auf deine Waffen weil du ja mit den Äxten arbeitest ja und dann hinten raus dann eben noch die Front Pumps wie War Mongers oder Seek Enlightenment so und da hast du dann eigentlich schon daran siehst du jetzt schon das ist eine ganze du willst Front Pumps du willst Board Pumps du willst Generics in Form von Belittle Minoism aber auch Sechser Popper willst du du brauchst aber auch die Charge Attacks in der Regel kannst du dich da sehr gut dran bedienen an Roten und Gelben später Blaue also das ist I want it all I want it now ja also da sieht man halt schon dass du da schon ziemlich ja abhängig bist ja Violent Thrust ist auch noch eine gute Karte ist auch eine Rare kann sich halt selber kann halt wenn du gecharged hast gepumpt werden aber dafür musst du den Charge schon haben das ist halt wie so eine Sache deswegen ist das wie auf der Vanguard deutlich besser als Battlefield Blitz ist auch ganz cool hat Go Again wenn du eben schon gecharged hast ne so deswegen die Rare die Charge Mechanik ja die beiden Rare bis auf wie auf the Vanguard die anderen beiden Rare sind nicht so cool wie die anderen Attacks finde ich weil sie sind zwar stark aber immer noch mit einer zusätzlichen Abhängigkeit dass du eben gecharged hast und das schränkt dich halt auch beim Spielen ein weil du dann eben die Handkarten du brauchst volle Hände dann wenn du diese Karten spielen willst ja was du aber auch machen kannst sonst eine Charge Attack mit einer Karte zum Chargen und vorher zwei blocken damit füllst du erstmal auf spielst halt Take Flight Express Lightning hast eine Karte zum Chargen halt dabei Engulfing Light whatever die ganzen Common Charge Karten nimmst du eine mit in den nächsten Turn und eine Karte zum Chargen um so ein bisschen deine Seele aufzufüllen kannst du dann also den Turn bei dem Gegner Turn mit zwei Dreier blocken so hast du aber jetzt zum Beispiel zu viel Battlefield Blitz Violent Thrust hast du da irgendwie eine Dreier Kombination von diesen Karten gerade auf der Hand bist du nicht mehr in der Lage einfach deinen einen Attack zu spielen wenn du jetzt nicht nur normale Charge Karte eben noch dabei hast kannst du halt so ein bisschen fizzeln weißt du was ich meine dann müsstest du dann müsstest du mehr Karten halten damit du dann die Battlefield Blitz auch mit Go Again halt spielen kannst oder eben Violent Thrust mit dem Buff ansonsten spielst du halt nur ein Vierer Attack oder ein Fünfer Attack whatever welche du gerade hast aber kannst du parallel auch nicht chargen also das Play ich block jetzt erstmal ein paar Turns mit zwei Handkarten und spiele eine Charge Karte und charge eine Karte in meine Seele halt einfacher und cooler und im Endeffekt besser das machst du dann zwei, drei Mal und dann spielst du auf einmal einen fetten Turn mit deinem V4 of the Vanguard vorne weg swings dann mit gebufften Äxten und so weiter haust da schön auf den Gegner drauf ja aber wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe diese ganzen Ketten die die Knowledge darüber wann man eventuell fizzeln kann würde ich jetzt anhand dessen auch einschätzen dass es eher kein einfacher Hero ist kein einfach draftbarer Hero kein einfach spielbarer Hero du brauchst halt auch schon Erfahrung welche Karte brauche ich mit welcher Karte kann ich blocken wann ist die richtige Situation die Handkarten zu behalten und den Schaden zu nehmen und eventuell nicht zu blocken und deswegen hast du hohe Anforderungen erstmal an das Deck beziehungsweise an den Spieler die Spielerin plus du hast noch hohe Anforderungen an den Draft Pot also dass du halt gut lesen kannst ob ein Bolton schon genommen wurde weil ich höre raus das sogar eher nicht glaubst du nicht wenn zwei Boltons zwei Boltons zwei Heroes von einer Klasse kann man schon noch machen also zumindest solltest du mitbekommen wenn der direkt vor dir sitzt sonst wäre es sehr schlecht natürlich aber wenn er relativ weit weg ist wenn er zwei drei Seeds eben zwischen sind ist alles denke ich in Ordnung was du gesagt hast also Anforderungen an das Deck ist vollkommen richtig aber dafür musst du auch erstmal ein bisschen wissen dass du eben diese Anforderungen überhaupt hast das ist schon mal die erste Schwierigkeit ansonsten ist das ein bisschen zu relativieren weil Bolton eben aufgrund seiner Anforderungen und gewissen Schwierigkeiten eben was ganz klar ist er ist nicht der einfachste Hero da zu spielen wegen diesen Setup Sachen du musst ein bisschen die Karten kennen das was ich gerade alles erklärt habe eben der gehört also nicht zur Kategorie einfach sondern eher mittel bis schwer sag ich mal einfach so dazu kommen eben die Deckanforderungen so dann aber wiederum er wird wenig gedraftet in der Regel ist es wirklich der eine Bolton ja ja klar und wenn du zwei hast ist es folgendermaßen gewesen die haben der eine hatte Bock Bolton zu spielen oder hat gedacht er ist offen oder dachte der wird so wenig gespielt der bleibt offen und der andere ist der Typ der halt eine Lumina geöffnet hat und gesagt alles gleich spielst du Bolton also sonst ist es eher untypisch dass du die zwei Boltons am Tisch sitzen hast zwei kommt aber noch klar deswegen relativiert sich der Punkt hohe Anforderungen an das Deck weil du wenn du weißt was du brauchst in der Regel alles kriegen kannst verstehst du die Logik ich meine weil es ist von allem eigentlich genug da zumindest was die Light Warrior Karten angeht ja davon ist in der Regel genug da und man kann auch so ein bisschen was vielleicht ein bisschen fies ist wenn man merkt okay nach dem ersten Booster weißt du ich bin der einzige Bolton ja dann pickst du am Anfang vom Booster Pack 2 also du hast gesehen ist Cycling ist Take Flight Rot geht einmal rum ist wieder zu dir zurückgekommen dann weißt du alles klar ich bin der einzige Bolton ist nur ein Beispiel jetzt ja so dann kannst du relativ fies nachher in den beiden anderen Packs picken und zwar du fängst dann an mit Generic und Light Karten und nimmst erst hinten raus die Light Warrior Karten weil die eh keiner wegpickt ja macht Sinn und dadurch bekommst du alles das was dein Deck haben soll sowieso kriegst du dann schon wenn das kannst du nicht machen wenn es zwei Bolton sind aber das merkst du ja macht ja Sinn das merkst du solltest du innerhalb des ersten Boosters eigentlich wissen spätestens ab der Mitte des zweiten kannst du das dann auf jeden Fall machen ja dann weißt du okay ich bin ein Bolton oder wir sind zwei dann weißt du sollte das und deswegen relativiert sich die Anforderung ans Deck du musst aber wissen dass die Anforderung halt eben da ist und dann das Play ja und du brauchst halt die Knowledge darüber welche Karten wichtig sind was ich also ob ich jetzt ein Take Flight nehme oder ob ich jetzt ein Belittle Minimism überhaupt brauche brauchst halt dein Gameplan das ist einfach grundsätzlich gut aber was willst halt als Levia damit sag ich mal Im Prism in einem Sealed habe ich sie schon gut eingesetzt tatsächlich dann nochmal kurz zu den Matchups also er hat einen für mich relativ guten Stand also er hat ein schlechtes Matchup gegen Prism ja er hat ein normal bis gutes Matchup gegen Levia als auch finde ich gegen Chain ja also die Matchups das ist halt die Sache die sind gegen Chain kannst deine Early Turns sind stärker als die von Chain dafür sind Chain's Late Game Turns stärker als deine ja da bei Chain würdest du halt würde ich halt sagen okay nicht so lange Setupen sondern möglichst schnell aggressiv von Anfang an Druck aufbauen permanent und wenn du den Gegner dann erstmal so unter 10 in so einer in so einem niedrigen Lebenspunkte Bereich eben schnell hingekriegt hast dann und er dann gewinnst du halt auch ja gerade bei Chain Problem erledigt sich dann eventuell von selber durch Blood Debt das geht eben auch weil du darfst nicht du kannst nämlich entweder du machst es Aggro ja kannst du wenn du am wenn du gar keinen Schaden am Anfang dann nimmst meinetwegen kannst du ihn nämlich auch gut vertigen weil gerade auch durch deine eben angesprochenen Dreier Blocks eben weil du hast auch höchstwahrscheinlich easy 34 35 Karten die du spielen kannst easy klar also wir hatten diese Woche ein Bolton Deck mit 40 Karten der konnte easy 40 Karten spielen wäre gar kein Problem gewesen das glaube ich ja du musst mir überlegen du hast im Draft 45 Karten die du pickst und der konnte 40 Karten spielen also das war echt gut auf jeden Fall ja und das war tatsächlich der einzige Bolton dann ne und dann kannst du auch Chain einfach vertigen ja das denke ich auch du kommst kommst da gar nicht in die du kannst es am Anfang versuchen mit einem Race oder so ansonsten vertigst du einfach kannst eigentlich besser vertigen dann als andere musst du ein bisschen aufpassen wegen Arcane Schaden deswegen ist wichtig wann du dich dazu entscheidest du darfst noch nicht viel Damage geleakt haben oder so nicht dass du nachher hinten raus durch zu viel Arcane Schaden überrascht wirst weil du eben keine Schildtoken machen kannst oder so der kann nämlich böse werden der Arcane du hast vielleicht nur Spellvoid eben auf der Halo of Illumination wenn du sie denn hast weil die jetzt nicht so wichtig für dich ist du willst ja eher die Galantry Gold wiederum haben die eins Battlewarn ist auch cool aber hilft dir halt nicht gegen Arcane Schaden ja und es gibt für Warriors übrigens ja auch eine Legendary ja auf jeden Fall und noch eine geile Bombe ist natürlich sowas wie Spillblood haben wir jetzt auch nicht genannt ist eine geile Majestic von der Warrior Klasse per se so an sich ja aber ist ja eine Majestic Majestic darfst du halt eigentlich brauchst du die nicht betrachten genau das stimmt schon naja dann ist halt der zweites Verboten der Typ der Violent Dynamo aufgemacht hat oder die Lumina Ascension halt ja natürlich ja aber so ist es halt ich ja muss mal gucken also der ist halt ja ich weiß auch nicht nicht so ganz warum der nicht so gerne gedraftet wird keine Ahnung vielleicht weil Menschen Prism mehr mögen ja klar alle mögen Prism mehr ja ich nicht ich find Bolton cooler ja tatsächlich sind Shane und Prism so die Lieblings Heroes und ich glaube dadurch dass sie jetzt Living Legend sind sind sie gerade für Leute das hat auch Bock zu spielen die auch und für Leute die vielleicht nicht so im Thema sind oder noch nicht so lange dabei nach Monarch erst eingestiegen sind als Beispiel klar wollen sie die Living Legend Heroes dann mal ausprobieren naja natürlich ja aber du darfst halt das ist ja auch alles hat ja jetzt nichts unbedingt mit Draft zu tun weil es ja auch Constructed entstanden aber trotzdem unterstützt das von der Psychologie her natürlich die Wahl Absolut zu picken also bei mir deswegen Levia ist halt ein Meme dass sie super schlecht ist und Bolton auch eben in CC deswegen sind beide auch underdrafted eher ja also ich würde auch ohne mit der Wimper zu zucken jedes richtig richtig schlechte Chain Deck picken weil ich halt Chain so cool finde da fällt mir auch noch also auch noch eine Fußnote natürlich ich hab vorhin gesagt Prism wäre sehr stark auch in dem Set und so weiter die Sache ist einfach wenn du mit Prism ein schlechtes Deck baust ist es einfach schlecht ja also ja auf jeden Fall weil du baust dir da ganz schnell genau du baust dir halt ganz schnell Klumpatsch zusammen der nicht funktioniert das kann dir bei Prism sehr stark passieren wenn sie wirklich einen Vierer zieht also wenn Vier Seeds Prism spielen auch bei Drei ist es schon schwierig musst du schon ein paar Picks vernünftig gehabt haben sonst kriegst du langsam Probleme insbesondere die Matches dann wie gegen Levia dann auch noch gewinnen zu können ist dann ja bei den Matches bei denen du Sideboard brauchst ist das dann super schwierig sagen ja genau ansonsten kannst du aber auch bei Levia oder Bolton hast du relativ schnell funktionierende Decks weil sie eben underdrafted sind ja bei Prism verzeiht meiner Meinung aber am wenigsten von allen so kann man es sagen also wenn du zu wenig warst und du unbedingt nehmen wolltest und dann den Mistdeck baust weil zu wenig Karten im Pool bei dir ankommen da wirst du dann einfach dann bist du relativ schnell 0-3er-Kandidat dann das ist so ja auf jeden Fall kenne ich aus Erfahrung weißt du noch ich hatte einmal als wir Monarch gedrafted haben da hatte ich auch einmal so ein big ball of garbage im Deck also das war wirklich nur Müll drin das war wirklich einfach ein Klumpen von irgendwelchen Karten zusammengematscht also wirklich da habe ich ansatzweise mit gewonnen noch eine side note meiner Meinung nach gibt es keinen Grund eine Luminaris oder eine Luminar Ascension zu passen selbst wenn du nicht auf dem Hero bist ja natürlich nicht weil das halt Luminar Ascension als auch das Luminaris Scepter sind einfach so stark wenn du nicht gerade wirklich in dem Pack dringend weil dein Deck also es gibt nur den Moment dein Deck ist gerade wirklich noch schwach also schlecht beziehungsweise schwach und in diesem Booster ist gerade ein sehr wichtiger Pick für deinen Hero für dein Deck drin ja für die für die Synergie whatever da ist ein B-Little drin ja und du hast schon ein rotes und ein blaues Minnowism ja und da ist ein rotes B-Little drin keine Ahnung und ansonsten ist dein Deck dein Deck eher Garbage ja kann ja sein dann nur dann würde ich sagen okay da kann man mal sagen ich pass jetzt hier Luminar Ascension aber nur kann weil das sind halt so wichtige Karten so starke Karten dass du die auf jeden Fall hatepicken musst ja und wobei das nicht bei Prism heißt dass du das Scepter gegen Levia spielst da würde ich tatsächlich die Iris spielen gegen die anderen spielst du dann das Scepter nur so am Rande oh mein Gott und wir haben jetzt auch schon unendlich lange gequatscht ach das ist ja nicht schlimm ja also liebe HörerInnen falls wir euch zu lange Podcasts machen schreibt uns doch bitte eine Mail oder einen Kommentar dann werden wir das zwar lesen aber wir werden sagen nope ja wir werden es ignorieren so genau aber wie gesagt wenn er für euren Geschmack zu lang ist lasst es uns wissen wir werden es aber ignorieren wir hoffen dass das Ganze was für euch war und euch auch ein bisschen bei Bravton vielleicht hilft also mir hat es auf jeden Fall jetzt schon geholfen muss ich sagen ja das ist doch schon halbe Miete dann so ja ansonsten danke fürs Zuhören und eine wunderschöne Woche alles klar ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020